So, eigentlich wollte ich heute ein ganz anderes Video machen und es war ein ganz anderes Video geplant, aber tatsächlich habe ich heute dieses Video von Herrn Newstime gesehen, einem deutschen YouTuber und den News-Kanal über YouTube und ich dachte mir, ich mache dazu einfach mal ein Video. Über diesen dringenden Tatverdacht von Geldwäsche, Waffen und Glücksspiel werde ich gar nicht so viel sagen. Natürlich kenne ich Montana Black und ich schaue auch tatsächlich seine Videos. Ich bin aber nicht in diesem Sachverhalt irgendwie drin und habe da jetzt auch keine qualifizierte Meinung, hier irgendwas zu sagen. Es geht jetzt nur um diesen einen Bestandteil dieses Videos, um die Kontopfändung von Montana Black. Denn darüber kann man reden, das Ganze kann man dementsprechend auch mit Blockchain und Bitcoin oder auch mit Kryptowährungen in Verbindung bringen und deswegen dachte ich mir, ich mache dazu einfach mal ein Video. Dazu gibt es diesen Artikel von der Osnabrücker Zeitung, das kann man gerne mal durchlesen oder dementsprechend hier dieses Video schauen, wenn man da gar nicht so informiert ist. Wer jetzt nicht weiß, wer Montana Black ist, Montana Black ist ein sehr, sehr großer Gaming und ich würde jetzt mal sagen Real-Life und Lifestyle-Kanal, kann man schon fast sagen. Und er ist auch der größte deutsche Streamer auf Twitch, also wirklich eine ganze Größe und was ihm hier vorgeworfen wird, Geldwäsche, Waffen und Glücksspiel ist dann natürlich ein sehr, sehr großer Tatbestand, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist jetzt nichts, wo man irgendwie auf die leichte Schulter nehmen kann. Davor muss ich sagen, ich distanziere mich von jeglichen illegalen Aktivitäten. Ich finde sowas absolut nicht gut. Geldwäsche ist nicht gut, dementsprechend illegaler Waffenbesitz schon dreimal nicht, das ist absolut scheiße. Wenn man in Amerika ist, okay, da sind Waffen legal. In Deutschland ist es nicht legal und ich möchte tatsächlich auch niemand begegnen in Deutschland, der hier irgendwie illegal eine Waffe trägt. Das finde ich persönlich nicht so toll. Es gibt ja legale Waffen in Deutschland. Aber ich meine, Kriminalität findet immer seinen Weg und wir sind hier auch tatsächlich mit Bitcoin auch nicht davon befreit. Also es ist ja so, dass auch sehr, sehr viel Illegales über Bitcoin dementsprechend läuft oder nicht nur über Bitcoin, sondern auch über andere Kryptowährungen. Man muss das ganz ehrlich dazu sagen, aber das darf man nicht jetzt irgendwie aus dem Kontext reißen, was ich jetzt hier gerade gesagt habe. Kryptowährungen und auch, ja ganz normal, Währungen sind nur Mittel zum Zweck. Es sind nur Tauschmittel. Also nur, weil man jetzt irgendeine Währung verbietet, zum Beispiel Bitcoin, beugt man da nicht irgendwie in irgendeiner Form Kriminalität vor. Das ist falsch. Das ist einfach die falsche Herangehensweise. Wenn man jetzt, und das wird bald in einem Video noch kommen, wenn man zum Beispiel Internetkriminalität besiegen möchte, dann braucht man dafür qualifizierte Leute, die sich eben dieser Sache annehmen und da in diesem Vorgang ermitteln, mehr oder weniger. Also ich hatte persönlich in meinem privaten Umfeld auch schon mit Hackerangriffen und Betrugsfällen, wenn es dann zum Beispiel Internet geht, mit so Bestellungen und Paypal-Scheiße und so zu tun. Also es ist kein tolles Thema, aber es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland einfach sehr, sehr wenig, wirklich sehr gut qualifizierte Leute haben, die sich eben um solche Sachen kümmern. Und mit Bitcoin wäre es natürlich dementsprechend ein bisschen schwerer, sich um solche Sachen zu kümmern. Genauso die Sache mit der Kontopfändung, über die ich gleich noch reden wollte, um das einfach mal kurz reinzuschieben. Kontopfändung ist im deutschen Recht die Beschlagnahmung eines Bankkontos des Schuldners. Ja, einfach mal so. Das Ganze ist natürlich mit Bitcoin weniger möglich. Also es ist jetzt nicht möglich, jetzt hier irgendwie ein Bitcoin-Konto zu pfänden. Das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr großer Vorteil von Bitcoin. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich damit irgendwie aus der ganzen Sache rausziehen kann oder dass man in irgendeiner Form einer Strafe entgeht. Es ist natürlich denkbar, hier wird von 90.000 Euro gesprochen, ist jetzt egal, ob das Ganze hier stimmt oder nicht stimmt oder was mit Montana Black hier wirklich los ist. Ob das jetzt irgendwie nur Vorwürfe sind oder ob das wirklich felsenfest sind, ist, wie gesagt, ich bin da nicht hundertprozentig informiert und man kann sich hier gerne mal die Sache selber durchlesen. Aber es ist natürlich denkbar, dass wenn man zum Beispiel so ein Konto nicht pfänden kann, dass man dann einfach die Höhe der Strafe schätzt und dann dementsprechend den Typen einfach dazu zwingt, Geld zu bezahlen. Also das heißt jetzt nicht nur, weil man ein Konto zum Beispiel über Bitcoin, weil eben Adressen nicht pfändbar sind. Es gibt keine zentrale Partei, die in irgendeiner Form Adressen von Bitcoin pfänden könnte. Nur weil man das eben nicht tun kann, heißt das natürlich nicht, dass man dadurch eine Strafe entgeht. Dieses Video hatte ich tatsächlich schon länger vor und man sieht, das ganze Thema ist erstens gar nicht mal so leicht, weil illegale Sachen werden zum Beispiel mit Kryptowährungen oder besonders mit anonymen Transaktionsmitteln, wie zum Beispiel auch Bargeld, Bargeld ist ja auch anonym, ich kann es jedem anderen auf der Straße geben und es wird niemand wissen. So ist es auch mal mit Drogen und so weiter. Dann heißt aber nicht, dass man das Bargeld abschaffen muss, nur um irgendwie kleinkriminelle Drogenhändler oder so in irgendeiner Form hier, ihr wisst schon, vorzubeugen und gegen die zu ermitteln, sondern es ist dann vielleicht einfach der richtige Weg, qualifizierte Polizeibeamte da einzusetzen, die sich um die ganze Sache kümmern und die dann natürlich Kriminalität besiegen. Es ist einfach so, dass Kriminalität nichts Gutes ist. Auch mit Bitcoin und Blockchain ist das Ganze natürlich dementsprechend nichts Gutes. Ich hoffe, man hat so ein bisschen die Message dieses Videos hier verstanden. Also sowas wie eine Kontopfändung wäre tatsächlich nicht möglich mit Bitcoin. Und das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Aber wie gesagt, nur weil irgendwas Anonymes heißt es nicht, dass man sich vor irgendwelcher Strafe schützen kann. Ich meine, sowas lässt sich jetzt nicht so leicht verbergen, 90.000 Euro. Also ja, wenn es wirklich mit Geldwäsche und illegalem Glücksspiel gemacht wird, dann blöd gelaufen. Das kann echt ziemlich in die Hose gehen tatsächlich. Mal gucken, was aus Montana Black noch wird. Es wäre natürlich ein absoluter Super-GAU für seine YouTube-Karriere, wenn er jetzt erstmal den Knast fährt. Aber ist jetzt alles nur Spekulation an dieser Stelle. Aber ich hoffe dementsprechend, dass ihr auf dem Pfad der Gerechtigkeit bleibt und hier nicht irgendwie euch in illegalen Sachen bewegt. Ich rate davon generell ab und ich finde es ganz ehrlich auch nicht gut. Aber ich bin pro Freiheit. Ich möchte, dass man mit seinem eigenen Geld machen darf, was man eben möchte. Sei es jetzt Bargeld, sei es jetzt irgendwie Gold, sei es jetzt Silber oder Kryptowährungen. Ich finde, man soll mit seinem eigenen Geld machen können, was man eben dementsprechend möchte. Und wenn man was Illegales macht, dann sollte man dafür auch erstens gerade stehen und zweitens belangt werden. Es heißt nicht nur, weil wir jetzt hier im Internet sind oder mit Kryptowährungen bezahlen, dass es jetzt irgendwie keine Gesetze mehr gibt. Oder ich bin ja auch für Gesetze. Ich sage jetzt nicht, wir brauchen keine Gesetze im Staat. Ist ja auch absoluter Schwachsinn. Und das nehmen ja auch sehr, sehr viele Leute immer aus dem Zusammenhang und sagen, ja die ganzen Kryptoleute, die wollen doch, dass es keine Gesetze mehr gibt. Aber ist halt absolut nicht der Fall. Ich hoffe, wie gesagt, man hat so ein bisschen verstanden, was ich mit diesem Video sagen wollte. Und wir hören uns dann in einem neuen Video bald wieder. Also das hier ist jetzt nur eine Beispieltransaktion gewesen. Das hat mit diesem ganzen Fall hier nichts zu tun, weil das jetzt irgendjemand verwirrt hatte. Ich habe das jetzt einfach gerade aus einem aktuellen Bitcoin-Blog genommen, diese Transaktion. Ich habe das jetzt einfach angeklickt, weil man dann irgendwas sieht. Aber hat mit diesem ganzen Thema hier absolut nichts zu tun. Also liebe Leute, bleibt auf jeden Fall auf dem Pfad der Gerechtigkeit. Bleibt auf jeden Fall auf legalem Wege. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video bald wieder. Ciao.